Moin Leute, willkommen zu einer sonnigen, gechillten Folge Minecraft. Warum verändert sich jedes Mal mein Charakter? So, geht jetzt erstmal schnell weiter, da wo wir aufgehört haben. Mann, wenn man nicht genug schlafen hat, kennt ihr das. Auf meiner Liste steht eigentlich kein Minecraft mehr. Aber ich mache für euch Minecraft Videos, weil... Ich dachte mir so, ich mache jetzt für euch Minecraft Videos, immer spaßig folgen haben. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Das war's. Na komm, wir haben doch eine Höhle hier. Ist ja gut. Müller haben wir hier gefunden. Dann gehen wir in den nächsten Folgen in eine Höhle. Das wird jetzt halt erstmal für eine Suppe. Ich werde jetzt sehen, wozu ich noch die Erde brauche. Na ja, hier haben wir den Lagerfeld, da kommt noch was hin. Und dann... ... 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 Kleebeeren ... ... ... ... ... ... ... Okay. Okay. Naja, ich müsste da lang, ne? Auf 1 steht fest, wir haben genug. Okay. Okay.